ja servus meine lieben leute willkommen zurück zu let's play 4 2 und weiter geht's eine dusche hast du eine spinte mit um duschkabine oder was hast du da schon mal schlechte erfahrungen gemacht oder warum atmest du jetzt so schwer musst du immer die seife aufheben oder was los alles klar abschnitt 04 zerstörung wo sind wir denn jetzt gerade die sind ja aus pappmache aus wer die gebastelt hat any time verdammt was war das da kam gerade eine enorme energiespitze aus der harbinger anlage rein mit allem als ästhetischer signatur wohl eine reaktion darauf dass sergeant beckett geflohen ist die ist stinksauer leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche replikas in zehn kilometern umkreis geweckt geil macht die tür open so vibriert man die ganze zeit mein handy jetzt fängt es schon wieder an ich brauche kein tutorial für wie man schlösser knackt was auch wenn wir uns umdrehen schade ich dachte schrotgewehr ne wir haben die autopumpe die möchte ich gerne mal ausprobieren wie die so ist ist mhm ja mhm Was ist denn das für einer? Das hab ich jetzt mal gar nicht verstanden. Sowas von überhaupt nicht. Alles klar. Naja, ich glaub, muss ich auch nicht ganz verstehen, oder? Das sehen wir jetzt schon wieder... Das sehen wir jetzt schon wieder Halinization hier. Hallos? Ich glaub schon. Lesen. Warnung. Wir haben den Kontakt zu einigen Teams verloren, nachdem sie sich den Zivilisten mit auffälligem Verhalten gesichtet zu haben. Kulava rät allen Einhalten den Kontakt mit Zivilisten zu vermeiden und sie auf Abstand zu halten. Mhm. Ist der schon wieder da? Okay, ich denk mal hier geht's weiter. Ah, ich will mal hier weiter gucken nochmal. Hier gibt's bestimmt irgendwas. Was? Oder? Hm, oder auch nicht. Ah, hier ist wieder eine Schrotze, Panzerung, das ist sehr gut. Hm, naja, klar. Jetzt erwartet uns irgendwas. Aua. Jetzt... Diese... Diese... Ich wollt grad abschießen. Ja, jetzt kommen schon wieder diese Drecksgeister oder was? Hm. Das ist so Moni-Verschwendung, Mann. Jungs, ich hab hier ein Problem. Ein großes. Aristide ist hier auch getauft mit einer Armocamp-Fangemeinde im Gepäck. Ich glaube, sie will meine Hilfe, aber wenn sie herkommt, sind wir beide tot. Mist! Wo bist du gerade? Gehen Sie zur Wade-Grundschule, an Kreuz um Sycamore und Highland. So eine dämliche zu Sie. Okay, Beeilung. Wir müssen dort sein, bevor Armaken kommt. Suchen Sie Snicket first. Natürlich wieder zu einer Schule, ne? Ist ja klar. Hm. Alter, was ist mit der Stadt hier los, ey? Siehst du das Flugzeug, oder was? Ist er schon fast ausgebrannt, oder was? Mhm. Lass den in Ruhe! Ich hasse diesen Typ, Mann. Ich hasse ihn jetzt schon, weil er so viel aushält, einfach nur. Und jetzt kommt wieder Baller-Action, oder was? Ist er jetzt in einer anderen City, oder? Wie darf ich das jetzt verstehen? Guckt euch das an, ja. Wie übertrieben der ist. Spassi. Geht mir echt auf die Eier, ey. Ah. So. Gut. Gibt auch gleich mal Kontakt. Stierb. So. Flammenwerfer. Ist voll. Alles klar. 100% müssen wir noch gegen dieses Riesenton ankämpfen. Das wird wieder lustig. Ja. Auch wenn wir sonst nichts zu tun haben. Spassi. 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 Mami. Au. Ne, ned mit mir. Ne, du wirf mich. Warum bist du за so starke Panzerduck-Bastard? Komm, zeig nochmal dein Köpfchen. Komm. Ja, neun Schüsse dürften reichen. Ich habe hier schon vorher gesehen. Alles klar. Ja. Ja, ja, ja. Jo, alles klar, Junge. Mit was kommst du denn jetzt an? Das ist ja auch zu lenken, Mann. Ich glaube, ich immer, wenn da was nachläuft, äh, was da leidet. Ja, jetzt triffst du nix, gell? Hm. Mit was kommt ihr denn jetzt? Deswegen, wir kriegen dann auch jetzt diese große Waffe, die er auch hatte. Ah, mal wieder Zeit, Junge. Nee, und da muss man wahrscheinlich nicht. Oder? Wir müssen wahrscheinlich hier rüber. So, jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, für welche Waffe. Ah, dann nehme ich lieber die. Ja, ja, genau. Ja, gut, okay, wir kommen da jetzt vorbei. Warten, dass es aufgehört, wirklich zu blitzert. Ja, hier, guck, da kriegen wir doch Munition, Raketenwerfer, Elektrodinger. Hm. Noch gewaltiger. Ja, gut. Alter, die Welt ist ja in einem Chaos hier, äh. Junge. Der geht mir ein bisschen auf die Eier, ne? Ich weiß noch nicht mal, wo der ist. Aber ich weiß, dass der mir jetzt schon auf die Eier geht. Versiegen sie die Elite-Power-Einheit. Hm. 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 Ja, gut, das war jetzt einfach. Gott sei Dank. Das Stadion ist blockiert. Die Straßen sind gesperrt. Gut, bleibt, wo ihr seid. Wir kommen zu euch. Ah, okay, wir sind auf der vierten Avenue, äh, Townsend Freed. Verstanden. Da bist du, du kleiner Pisser. Hm. Hast du schön versteckt, ja? Gib mir mal ein bisschen Raketenwerfer. Munition. Ging's mir richtig hart auf die Eier. Warum sind die überhaupt über all diese Funkgeräte? Da ist drüben. Ich glaub, doch hier zu gehen. Was? Merf mal. Hast du bemerkt, ne? Dass es ein Spiel gebracht hat. Ja, wie gesagt, hier lang zu gehen, wär dumm. Deshalb geh ich hier nicht lang. Hier sind wieder viele Coronates. Hier ist wieder Munition. So, dann Flammen. Wuff, wuff. Machen wir das mal raus. Machen wir das mal rein. Und dann ist gut. Ja, und jetzt? Strom. Kombination mit Wasser. Nix gut. Achso. Na gut, dann hat sich das ja jetzt auch schon erledigt. Scheiss Schützen. Scheiss Schützen, Mami. Replikantenschützen haben Lanz-Docs festgenagelt. Sie braucht Unterstützung. So, solchen Griffen hat von einer Frau berichtet, die Hilfe braucht. Er sucht sie jetzt. Und Snake Fist hat über Funk durchgegeben, dass Generiv Aristide bei ihrem aufgetaucht... Das bei ihm auf... Das Generiv Aristide bei ihm aufgetaucht ist. So, mit Kommandosoldaten für geheime Operation. Der Arme rümmt dicht auf den Fersen. Er braucht sofort Hilfe. Können wir uns jetzt entscheiden, zu wem und zu wem? Bist du dumm? Ja, liegt auch einfach mal so ein Funkgerät, ne? Ach. So, ihr habt ja wieder was zu lesen, Leute. Automatische Schrautflinte. So, nehmen wir auch das Dings, tun wir den Flammenwerfer weg, ja ne. Ohne Baretzucker, die muss stark sein. War das jetzt eine Granate, oder was war das jetzt? Oh ja. Hab ich gesehen. Naja, so. Verpiss dich. Und tschüss. Kommen die jetzt wirklich hier durch? Ah, Tatsache. Na, kommt mal hier durch. Irgendwann rechts oder so. Immer da. Ah, Handy ist gut, jetzt halt dein Maul. So. Ach du Scheiße, ja man, gib dir doch. Leute, aber ich seh, der Part ist viel zu lang, deswegen hören wir mitten in der Action auf, sorry, aber wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, euer Flo. Ciao.